Nein! Oh, leck doch! Shit, du Mann! Hallo und herzlich willkommen! Ich bin der Lautschmar und ich begrüße euch wieder bei Spyro the Dragon. Jawohl! So, wir sind wieder in dieser Welt, wo wir am öftersten mal kaputt gegangen sind. Aber hier wollen wir auch ein bisschen was einsammeln. So, Beach. So, ist denn auch mal ein Checkpoint? Wäre auch mal nice. So. Aber hauptsache, wir können hier wieder ein paar Coins einsammeln. Scheiße! Oh Mann! So, komm schon. Egal. Ist nicht so wichtig. So, hauptsache, wir kommen hier hoch. So. Okay. Vorhin hätten wir auch weitergehen können, aber... Also, da runter. Wollten wir aber nicht. Ah, wir sind da weitergegangen. Oh, kacke. Geil. Oh, guck mal da. Jawohl, ein Leben. War da vorne ein Drache? Oder was war das? Ich hab doch hier eben einen Drache gesehen. So. 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 Okay. Nein! Oh Gott, scheiße. Da wollten wir zu viel. Ich dachte, das reicht vielleicht rüber. Oh no! Boah, jetzt wieder von vorne oder was, ne? Ja natürlich, natürlich, wie wir eben auch wieder. Aber wenigstens... in uns da die punkte nicht verloren kommt auf du glaubst es ja nicht so egal weißt du was jetzt gehe ich erst mal darüber so erst mal hier da ist er da ist derjenige welcher kann man dahin sondern da hinkommen egal es war hier die punkte einstreichen das reicht nicht fuck und so gehen so gehen die leben wieder hin dass sowas ärgert mich sowas ärgert mich ok klasse und mein handy spinnt auch wieder so aus man glaubt das ja wohl nicht professionell in der aufnahme so klug ja wohl nicht so kommen wir darüber dass die entscheidende frage so wie wir uns wieder anstellen wahrscheinlich nicht nein doch naja ok kommt egal 0 wir haben es mal wieder gepackt und auf 0 zu arbeiten das gibt es doch gar nicht egal scheiß drauf so jetzt gehen wir garantiert erst mal nur hier den sachen nach weil es kann ja nicht sein dass wir hier dauernd verwecken oh ja genau ich glaube es ja wohl jetzt nicht hallo wo ist denn der typ also hier so ein schockwerk höher ich glaube ich glaube ich kriege ich die einfachsten mechaniken nicht mehr hin er könnte auch ein bisschen höher fahren so egal wir kriegen es auch so gut m'lady so ok so das kriegen wir jetzt nicht auf ist uns aber jetzt erstmal wurscht wir gehen jetzt mal darunter siehst du hier ist auch ein drache ist ja auch cool so revilo noch ein tipp vor diesem kampf ein tipp ein weiser drache sagte mal strebe nach hohen zielen aber gib auf fliegende kisten acht okay auf fliegende kisten acht geben ist das unser mann das ist so ein kasper oh fang einmal der uns erwischt okay nein oh nein oh nein oh nein komm schon okay fuck ey man komm speicherpunkt speicherpunkt oh gott sei dank jawohl 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 oh oh man oh oh jawohl wir haben ihn nice okay hier geht's nach hause sehr schön und wir haben gut punkte klar gemacht oh yeah jetzt ist definitiv nicht mehr viel sehr nice so da gehen wir vielleicht noch mal in die schwebende dingens kirchens bisschen mehr als 150 müssen wir da klar machen schauen wir mal oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott so waren das jetzt eigentlich war da ja so gehen wir mal wieder dahin und gucken dass wir da noch den rest gewucht bekommen 157 diamanten bräuchten wir da noch müssten wir doch klar gemacht bekommen dann können wir auch die traumweber welt verlassen und wir hatten auch noch einen fähigkeits punkt und waren das normal konnte man denn irgendwie einsetzen also ja genau so so war das okay ja war schon mal scheiße hier kommen wir nicht weiter so auf geht's und tschüss sa 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 Nein, oh Gott. Okay, okay. So. wir haben bisher war noch nicht alles so viel gut gemacht aber dann haben wir frei ihr trägse ja mal gucken was wir hier klar machen können wir brauchen auf jeden fall noch naja hier sind wir sogar die tonig kaputt ich glaube das wohl nicht okay scheiße oh man wo kriegen wir jetzt so okay da kommen wir nicht rauf wahrscheinlich da so probieren sie erstmal herkömmlich nein okay wollen wir haben ja so irgendwie kommen wir hier hoch oder zumindest mal höher hier haben wir einen schlüssel nein oh gott nein gerade weg oh scheiße okay okay fuck man gar nicht so einfach so so da vorne sind welche oh man so voll verbaselt verdieselt verduselt oh dann steigen wir mal hier rüber Pinós compound komm mal hier kriege wir hier noch schau mal mal schau mal da hinten So, komm. Okay, wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall noch mal da richtig hochkommen. So, da schauen wir mal, dass wir da noch mal unseren Superspeed-Star machen können. Ich glaube, ja, genau. Hier sind wir richtig. Genau. Nein, und schon verkackt. Und schon wieder verkackt. Geil. Geil, bravo, du bist wieder verkackt. Ich kann das mit dem Supersprung nicht. Oh Gott. Also, es war auch scheiße, weil wir ihn ganz woanders herlanden müssen. Scheiße. Och, nö. Och, nö. Kacke. Kacke. Nein. Oh, scheiße. Mist. Das war es schon wieder. Ich hasse das. Ich hasse das. Aber hier haben wir auch... Hier haben wir keinen großartigen Reibach mit den Punkten machen können, ne? Ne. Nehmen wir die wenigstens jetzt mit. Ich glaube es ja eher wieder nicht, ne? Okay. Wollen wir mal gucken jetzt einfach mal. Wir gucken jetzt einfach mal. Die sammeln wir mal noch mit ein. Lass mich in Frieden. So. War ja wieder klar. So, komm. Okay. Wir müssen da hin. So. Äh, still. So. Brrrr. Ich warte immer noch auf die 6.000 gestohlenen Chips. Willst du mit? Ja, wie viel habe ich denn jetzt? Hier bleiben. Ja, wie viel hatte ich denn jetzt effektiv? Scheiße. Och, Mann. Dunktes Labyrinth. Komm, da gehen wir nochmal hin. Och, fuck. Ich dachte, ich hätte schon... Aber wie viel haben wir denn jetzt? Haben wir immer noch die... 847, okay. Okay. Na, wenn wir wenigstens ein bisschen hier was abschließen können. Aber wir haben hier schon gut gewütet, ne? Naja, egal. So, komm. Hier waren wir aber auf jeden Fall schon. Egal. Schauen wir mal, ob wir hier wenigstens... Die Hölle, Lunde. Mann. Ne, oder? Oh, scheiße. Was ist denn das? Okay, da ist das Haus. Okay, I've got it. Ich verstehe es nicht so ganz. Egal. Gehen wir wieder nach Hause. Und wer richtet der Dinge? Das hat jetzt gar nichts gebracht. Okay. So. Jetzt muss ich mir mal was ausdenken. Wir brauchen auf jeden Fall noch Münzen. Und das nicht gerade wenig. So. Au. Ich glaube es hackt. Ich gehe gerade mal kurz hier hin. So. Liebe Leute von heute. Ist immer schlecht, wenn man reden will. Und gleichzeitig schlucken. Das funktioniert manchmal nicht so ganz. Das war wieder Spyro the Dragon. Ihr habt es gesehen. Wir brauchen noch ein paar Kristalle. Dass wir weiterkommen. Ein paar Diamanten. Und dann können wir endlich diese Welt verlassen. Ich hoffe, das können wir in der nächsten Folge dann erledigen. Bis dahin. Macht es gut, wenn euch diese Episode gefallen hat. Könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.